Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem heutigen Gespräch mit dem ganzheitlichen Arzt und Ethnomediziner Dr. Medh-Infried Hobert. Guten Morgen, lieber Ingo. Ja, guten Morgen, Bettina. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für unser Gespräch über Krebs. Das ist ein ganz großes Thema in unserer heutigen Zeit und ich freue mich auf deine Erfahrungen, auf dein Wissen, auf dein Verständnis, was du glaubst, was Krebs ist, was die Ursachen sind und wie Krebsbetroffene wieder gesund werden können. Magst du einfach mal anfangen, lieber Ingo? Was ist Krebs? Ja, also ich beschäftige mich mit Krebs jetzt seit Beginn meiner Praxiszeit, das war 1985. Das heißt, ich habe jetzt aus 40 Jahren oder knapp 40 Jahren Erfahrung, kann ich berichten und beobachte, dass das Krebsgeschehen letztendlich auf einen schleichenden Entzündungsprozess zurückzuführen ist. Das heißt, es ist ein Autoimmunprozess, der im Körper beginnt und der dann entweder epigenetisch Krebszellen anschaltet oder der dazu führt, dass durch bestimmte Mechanismen die ersten Krebszellen mutieren. Und man kann sich dieses Autoimmungeschehen jetzt wie ein Feuer vorstellen. Wir können uns das einfach auf dem Bild auch anschauen. Ein Feuer, es brennt im Körper, ein größeres Feuer oder auch manchmal nur ein Schwellbrand im Anfangsstadium. Und jetzt geht es darum, wie können wir dieses innere Feuer löschen? Und so müsste eben alles Denken auf dieses Bild ausgerichtet sein, da ist ein Schwellbrand in meinem System und wie kann ich jetzt so eine Lebensweise finden, die möglichst feuerlöschend ist und möglichst verhindert, dass neues Benzin ins Feuer gegossen wird. Und diese Autoimmunfeuer, diese Inflammation Feuer, wie sie heißen, die führen dann auch zu den ganzen Erkrankungen, diesen chronisch-degenerativen Erkrankungen, an denen so die meisten Menschen dann leiden und sterben und Krebs steht da natürlich im Mittelpunkt. Und dieses Autoimmunfeuer ist ein ganz großes Thema, das gerade auch in der Covid-Zeit nochmal neu diskutiert wurde, wo man ja durch den Virus auch ein Hochflammen dieser schleichenden Entzündungsprozesse erlebt hat. Aber auch durch die Impfung gab es viele, viele, viele Fälle, wo dieses Feuer angefacht worden ist. Und so gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die immer wieder in der Lage sind, dieses Feuer anzuheizen. Und wenn wir uns das im Detail angucken, dann sind da nicht nur die Viren, sondern auch Bakterien, die das Feuer anheizen können. Es sind aber auch all die vielen Umweltgifte, die Weichmacher, die Industriegifte, die Schwermetalle, Lösungsmittel, Kunststoffe, Nanopartikel mit Plastik, Parasiten. Also eine Vielzahl von Faktoren lösen einen Entzündungsdruck im System aus. Und wenn dieser Entzündungsdruck permanent auf dem System lastet, dann lässt irgendwann die Körperabwehr nach und der Entzündungsdruck bricht durch und es entsteht so etwas wie nitrosativer Stress, so nennt man das, oder auch oxidativer Stress. Das ist ein anderes Wort für diese Zytokinstürme, für diese Entzündungsstürme, für dieses Entzündungsfeuer, das durch den Körper rauscht. Und das man dann messen kann über Werte, wie zum Beispiel den berühmten TNF-Alpha-Wert, der dann in besonderer Weise zeigt, wie stark das Entzündungsgeschehen im Körper aktiv ist. Wenn wir jetzt aber gucken, was sind die Faktoren, die am meisten Entzündungsdruck auslösen, dann sieht man hier schon das Unterstrichene, also die Ernährung und der Stress. Und das sind so die zwei Faktoren, wo wir sagen müssen, die Ernährung spielt eine so unglaublich, so unglaublich wichtige Rolle. Es wird zwar immer wieder, wie die Spatzen von den Dächern wird es runtergefiffen, aber wir wissen, dass nur 11 Prozent der deutschen Bevölkerung, trotz des vorhandenen Wissens, nur 11 Prozent, setzen dieses Wissen um gesunde Ernährung auch in ihrem praktischen Leben, im Alltag um. Und daher bleibt es also immer noch ein Thema, alles was gelb-braun ist, so kann man fast sagen, ist hier nicht förderlich, ist eher entzündungsfeueranheizend, während Rot-Grün in diesem Fall ausnahmsweise mal hier etwas sehr, sehr Positives ist, was wir hier auch vorbeugend anwenden können, weil dreimal am Tag Nahrungsmittelaufnahme heißt, dreimal am Tag die Möglichkeit, tue ich mich anti-entzündlich ernähren oder pro-entzündlich. Tut meine Ernährung das vorhandene Entzündungsfeuer, wenn es denn da ist, anheizen oder eher runterbremsen? Und dann kommt natürlich der Stress dazu, die vielfältigen Ängste, die immer wieder ausgelöst werden, auch wenn der Medienkonsum zu hoch ist, wenn man zu viel Nachrichten konsumiert, sich zu viel in Dinge eingeschoben, wo man persönlich gar nichts dran ändern kann, aber auch der Stress, immer lieb und nett sein zu wollen, der Stress, perfekt sein zu wollen, der Stress, für alles Verantwortung übernehmen zu wollen, der Stress, der durch die negativen Gefühle, durch Zeitmangel entsteht, der Stress, der durch Pessimismus, durch Kränkungen, durch negative Glaubenssätze entsteht. All das löst etwas aus im System und führt dann über die Synapsen, über die Stresshormone, dann eben auch zu einer deutlichen Veränderung im System. Und wir sehen, wie stark der Grad der Entzündung eben korreliert mit all den eben genannten Faktoren. Und wir können genau sehen, wie also auch ein negativer Gedanke, eine innere Anspannung oder auch nur eine eingebildete Angst im System den gleichen Adrenalinschub auslöst, wie im Neandertal, als der Sägezahntiger im Busch raschelte. Also die psychosozialen, psychoemotionalen, bioemotionalen, biosozialen Zusammenhänge, die führen in ganz erheblichen Maße zu diesen Autoimmunprozessen, die dann letztendlich in das Krebsgeschehen hineinmünden. Hier sieht man nochmal nach einer großen, großen Studie, wie stark dieser Entzündungsdruck im System umgesetzt wird und mit welcher Heftigkeit solche Ereignisse, wie wir sie hier jetzt sehen, auf dieses Entzündungsgeschehen Einfluss nehmen. Und wir sehen, dass also der Zeitdruck, der Stress durch die Überforderung, zu viel zu machen in zu kurzer Zeit, auch immer etwas zu tun hat mit alten Erlebnissen von früher, wo man Lösungsstrategien gefunden hat, um gesehen, um gehört zu werden, um Bedeutung zu haben. Das sind Dinge, die aus der Vergangenheit häufig herrühren und die einen mehr tun lassen, als eigentlich nötig wäre. Aber dann auch tiefgreifende Veränderungen, die großen Stress auslösen, Jobwechsel, Umzug, Unfall. Dann natürlich das, was uns täglich bei der Arbeit entgegenkommt an Herausforderungen, bis hin zu Mobbing, der Karrieredruck, aber auch der Mangel an Selbstwertgefühl, Kompetenzmangel. Das sind alles Dinge, die einen ständigen Entzündungsdruck ausüben und damit als Ursache für die schleichenden Entzündungen, die dann in das Krebsgeschehen hineinmünden können, immer mit einer Rolle spielen. Diese zerstörenden Glaubenssätze, nicht zu genügen, dieses Mangelbewusstsein, die vielen Konditionierungen, die dahinterstehen. Aber dann natürlich auch Trauer, Verlust durch den Tod eines geliebten Menschen oder auch eines Tieres, eines Haustieres. Aber dann alle körperlichen Erkrankungen lösen ja auch Stress aus. Dann natürlich die Beziehungskonflikte, die finanziellen Sorgen, die Isolation, alles Dinge, die wir uns im Detail so vorstellen können, dass sie den Sympathikus in einer permanenten Überaktivität halten und damit auf der anderen Seite den Parasympathikus, den Vargusnerv, gar nicht richtig zum Zuge kommen lassen, weil der Vargusnerv, das ist sozusagen der Kompass, der uns zeigt, was gut und richtig für uns wäre. Und der Vargus, mit der Vargusbremse ist auch die Instanz in uns, die dann das zu viel runterbremst und schaut, dass das überschießende System auch wieder runtergefahren wird, dass also Entzündungen eingedämmt werden, dass zu hoher Blutdruck, zu hoher Puls, Überaktivität, zu hoher Hormonspiegel in dem einen oder anderen Bereich, dass die Dinge immer wieder in ihr Gleichgewicht kommen. Und genau dieser Vargusnerv, der für dieses Gleichgewicht zuständig ist, Wenn der ausfällt, wenn die Vargusbremse wegfällt, dann entsteht Leid, dann entsteht Krankheit. Und der Vargus tritt dann in den Hintergrund, wenn wir in der ständigen Adrenalindominanz, in diesem ständigen Stressmodus laufen und das erhöht eben die Krebsgefahr wie kaum etwas anderes. Aber auch die alten Themen aus der Familienkonstellation heraus, aus der Kindheit, all das Unterdrückte, all diese Konfliktumgehungsstrategien, auch da weiß man heute genau, welchen Einfluss diese Entzündungs-, also diese Konfliktvermeidungsstrategien, was das an einem Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich zieht und wo hier im Inneren Dinge dann in sehr stärker Unordnung sind und dann auch diesen Entzündungsprozess ganz intensiv mit anheizen. Hier sehen wir nochmal dieses, wie das im Detail funktioniert. Also all diese Gifte, die diesen Stress auslösen, da gibt es ein genaues Korrelat hin zu dem Entstehen des Krebses. Man sieht, wie da an der Zellmembran Dinge aus dem Gleichgewicht herausgeraten und der Körper nicht mehr in der Lage ist, hier zu reparieren, DNA-Schädigungen wieder auszugleichen. Und so kommt es dann eben sowohl durch den psychischen Stress als eben auch den Umweltstress. Denken wir auch an den Lärm, an UV-Strahlung, elektromagnetische Felder, den Holzstaub, den Asbest, den Feinstaub, all diese eben genannten Faktoren, sie alle sind Teil dieses Puzzlestückes und wenn sich das in der Summe addiert, dann hat es Einfluss auf die Zellmembran. Es kommt zu einer Erhöhung von Schadstoffen in der Zelle und jetzt kommt es zu einer Schädigung der DNA, zu einer Mutation, die dann zu dem Krebs führt. Und wenn wir da jetzt weiter gucken, ich sprach eben von dem TNF-Alpha-Wert, ein Entzündungsmarker, in gewisser Weise könnte man vereinfacht sagen, der Bösewicht, der eine ganze Vielzahl von negativen Kollateralschäden nach sich zieht, und in allen Bereichen den Körper jetzt anfängt zu malträtieren, ich will nicht sagen zu zerstören, aber alles, was er macht, hat negative Auswirkungen auf das System. Und so geht es darum, diesen Wert möglichst niedrig zu halten, ihn am besten sogar zu blockieren, eben durch gesunde Nahrungsmittel, durch Stressabbau, durch Stressintegration, ich denke hier an die Vargus-Flow-Übungen, möchte hier ganz besonders auch nochmal unsere 28-Tage-Vargus-Challenge erwähnen, die das Ziel hat, eben diese Entzündungswerte, dieses Entzündungsfeuer zu löschen, diesen TNF-Alpha-Wert runterzubringen. Und wenn ich sage, dass ich hier auf 40 Jahre Erfahrung zurückblicke, dann kann ich sagen, alles, was ich seit 40 Jahren in meiner Praxis am Steinhuder Meer einsetze, sind Dinge, die ich immer wieder kontrolliere, über die Blutwerte. Egal, ob wir Kurkuma-Infusionen geben, Weihrauch-Infusionen, Vitamin C, DMSO, alles, was wir an Infusionen geben, wir kontrollieren immer die entscheidenden Entzündungsparameter und schauen, ob die Dinge auch wirklich funktionieren. Und dieser TNF-Alpha-Wert spielt hier eine ganz große Rolle, weil er eben für eine Vielzahl von Erkrankungen, insbesondere aber eben für die Stresserkrankungen, mit zuständig ist. Und umso niedriger dieser Wert ist, umso größer ist unsere Chance, dass Selbstheilungskräfte wieder aktiv unser System ins Gleichgewicht bringen können. Und dabei nutze ich einen sogenannten TNF-Alpha-Hemm-Test. Das heißt, wir können das Blut eines Patienten in ein Labor schicken und die testen jetzt das Blut auf verschiedene Naturheilmittel, um rauszufinden, welches Naturheilmittel hat die stärkste TNF-Alpha-senkende Wirkung. Und damit es auch wirklich valide ist und hochwissenschaftlich vergleichbar ist, wird es immer verglichen mit Prednisolon, also dem stärksten Cortison, was wir haben, sodass wir, wie man auf diesem Bild sehen kann, dass Cortison zu einer 80-prozentigen Senkung des TNF-Alpha-Wertes führt. Alpha-Liponsäure in dem Falle auch zu einer starken Senkung. Boswellia zu einer geringen Senkung. Vitamin C führt zu einer Senkung. Und bei dem Patienten ist es so, dass Kurkuma zu keiner Senkung führt. Während wir bei anderen Patienten bis zu einer 70-prozentigen Senkung des TNF-Alpha-Wertes durch Kurkuma finden und auch durch Weihrauch. Also wir können durch eine Vielzahl von Naturheilmitteln, können wir dafür sorgen, dass dieser TNF-Alpha-Wert runtergeht. Polyphenole, das sind die Inhaltsstoffe in diesen Gemüsesorten, in den Heilpflanzen, die uns dabei besonders helfen, diesen TNF-Alpha-Wert zu senken. Und so haben wir dann die unterschiedlichsten Wirkungen dann letztendlich auf unser System. Und an der Stelle sei noch mal erwähnt, dass auch der Anfang all dieser Substanzen oder das, wo die dann auch wirken, diese TNF-Alpha-eindämmenden Substanzen, sie wirken eben in besonderer Weise auch im Darm. Denn hier im Darm sammelt sich jetzt der Stress durch die Psyche, der Stress durch die Ernährung, der Stress durch all die ganzen Giftstoffe, alles schlägt sozusagen auf den Magen, schlägt auf den Darm. Und hier im Darm, da entsteht, da ist sozusagen der Anfang, wo wir sehen, dass Stress und die Gifte, die Nebenwirkungen von Medikamenten, eine schützende Schicht über den Darmepithelen zerstören. Die Darmepithelen reißen auf. Und jetzt kommt es zu Autoimmunprozessen, die dann der Anfang sind, eines schleichenden Schwellbrandes, einen Entzündungsprozesses, an dessen Ende dann die Entartung von Zellen stehen kann. So wie wir hier sehen, die schützenden Schichten werden ausgedünnt und letztendlich dann treten Giftstoffe durch die Darmwand hindurch und das Entzündungsfeuer nimmt seinen Anfang mit den entsprechenden Wirkungen auf das Gehirn. Und da gibt es auch diesen ganz wichtigen Zusammenhang, dass eben jedes Unwohlsein, jede Depression, jede Schlafstörung hat immer was mit dem Darm zu tun, weil hier eben das Tryptophan, das Serotonin, das Melatonin, all diese wichtigen Glücks- und Schlafhormone werden hier gebildet. Und wenn der Darm entzündet ist, dann fällt das aus und der Vagusnerv sendet Fehlinformationen ans Gehirn. Und das ist nicht unerheblich, denn diese Kommunikation zwischen Darm und Hirn bezieht sich auf 100 Millionen Nervenzellen, alles Vaguszellen, die vom Darm nach oben die Informationen transportieren, was jetzt für das System gut und heilsam ist und was nicht. Und wenn wir uns das jetzt therapeutisch angucken, was können wir letztendlich tun, dann haben wir natürlich an erster Stelle die Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels. Hier müssen wir zwischen 40 und 60 liegen, gar keine Frage, besser über 60. Das ist eine internationale Einheit, da hat man sich drauf geeinigt. Professor Spitz hat noch mal kurz vor kurzer Zeit bestätigt, nicht, wir hätten 18 mal weniger Todesfälle, 18 mal weniger Krankenhaus- Intensivmedizin-Einweisungen in der Pandemie gehabt, wenn die Menschen nur einen Vitamin-D-Spiegel in dieser inner-international festgelegten Norm gehabt hätten. Also Vitamin-D ist super wichtig, genauso wie der Omega-3-Index, nicht, der das rote Blutkörperchen sollte zu mindestens 8%, bei Krebspatienten auf jeden Fall zu 11% aus diesen Omega-3-Fettsäuren, diesen Algenölfettsäuren, EPA und DAA bestehen. Das Verhältnis schlechter Fette zu guter Fette, also Omega-6 zu Omega-3-Fette, sollte unbedingt unter 5 zu 1 sein. Das sind zwei absolute Muss-Werte, nicht, das muss eingehalten werden, damit die körperliche Selbstheilung überhaupt im Ansatz greifen kann. Den Omega-3-Spiegel kann man über einen Trockenbluttest messen lassen und im Durchschnitt der Bevölkerung ist der nur zwischen 3 und 4, also gerade der Krebspatient muss hier Wert von 11 aufweisen, damit die Entzündungseindämmung auch funktionieren kann und die Ernährung muss so weit umgestellt sein, dass Omega-6 aus dem System völlig entfernt wird oder zumindest das Verhältnis von durchschnittlich 15 zu 1 in Deutschland auf 5 zu 1 runtergebracht wird. Super, super wichtig, zusammen mit dem Vitamin-D-Spiegel über 40 bis 60, am besten sogar über 60. Wir sehen, dass also Omega-6 all die negativen Auswirkungen hat, die das Tumorgeschehen des Entzündungsfeuer weiter anheizen, während die Omega-3-Fettsäuren die sind hier in einer Weise ja, wie man hier sieht, eben gesundheitsfördernd, entzündungseindämmend und das ist belegt an über 27.000 Studien, wo wir sehen können, wie stark die Wirkung dieses Algenöls, dieser Algenöl-Epa- und DHA-Fettsäuren sind. Das Verhältnis in Deutschland leider 15 zu 1 katastrophal in Amerika mit 30 zu 1 noch schlimmer, dort explodieren die Krebserkrankungen, gerade auch bei Kindern, gerade. Das eigentliche Verhältnis sollte 1 zu 1 sein, da sind wir meilenweit von entfernt. Hier noch mal eine Liste, wo man sehen kann, wo viel Omega-6 drin ist, was man möglichst vermeiden sollte und das ist die schlechte Nachricht des Tages, nicht? Paranüsse haben 380 Mal so viel Omega-6-Fettsäuren. Wie gut wäre Sonnenblumenöl eine echte Katastrophe. Leider auch Keschnüsse, Erdnüsse, Mandeln, leider sind wir hier in dem Bereich auch äußerst schlecht aufgestellt. Ja, wenn wir uns noch mal angucken, die wichtigsten Heilpflanzen, die wir haben, dann müssen wir sagen, es sind vor allem die Heilpflanzen aus der arabischen Wüstenmedizin, die besonders wichtig für uns sind. Man hat also rausgefunden über diesen TNF-Alpha-Hemm-Test, dass an erster Stelle von der kraftvollen Wirksamkeit Kurkuma steht, an zweiter Stelle das Resveradrol, an dritter Stelle kommt das Vitamin C, dann kommt schon der Weihrauch, das Bromelain, also dann die Heilpilze, Shitake, Maitake, Reishi, da wissen wir, dass wir hier starke Entzündungsfeuer löschende Medizinpräparate haben und da kann man empfehlen, wenn jemand im Anfang Stadium Krebs hat oder vorbeugen möchte, wenn also das Entzündungsfeuer sich noch im Rahmen hält, dann kann mit diesen Heilpflanzen eine biologische Krebstherapie noch erfolgen, bis zu einem gewissen Punkt, man kann das natürlich beobachten, gucken, wie weit das funktioniert, anhand eben dieser Entzündungsparameter, die man regelmäßig testen kann und so kann man den Patienten dann gut versorgen, mit Hochdosis Naturmedizin, mit Extrakten eben aus Weihrauch, aus Kurkuma, aber auch Kapuzinergräße, Meerrettich, das Sulforafan aus jungen Brokkolistrossen, die Senfölglucoside aus Weißkohl, aus Rosenkohl, all das sind Dinge, wo wir in Tierversuchen an Tausenden, wirklich Tausenden und Abertausenden von Studien, da liegen ausreichend Tierversuche vor, wo man sehen kann, dass Tiere mit Krebs durch diese Naturheilmittel geheilt werden können und beim Menschen können wir sagen, wir können auf jeden Fall Entzündungsfeuer löschen und damit oder diesen Löschprozess, diesen Entzündungseindämmenden Prozess können wir dadurch unterstützen mit der entsprechenden Nahrung, mit der Ergänzung durch Hochdosis Naturmedizin und damit kann dann Selbstheilung besser gelingen, denn Krebsheilung ist immer Selbstheilung. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit Selbstheilung besser gelingen kann, indem wir den Vagusnerv stärken, durch Meditation, durch Vagusflow-Übungen, wie wir es in der Mantra-Challenge vorstellen, in der Vagus-Challenge vorstellen, durch Entspannungstechniken, alle Formen von Massagen, von Yoga, all das, was den Vagusnerv stärkt, ist hier ganz, ganz wichtig und dann natürlich die Ernährung, der Sport, der Schlaf, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen und das soziale Umfeld passt, dann kann Selbstheilung gut gelingen und dann kann Naturmedizin auch ihr volles Wirkspektrum entfalten. Lasse, also erstmal vielen, vielen Dank, wie du das jetzt so, ja wirklich so leicht verständlich auch präsentiert hast. Ich habe jetzt ganz, ganz praktische Fragen, also dieser TNFA-Wert, könnte ich da auch zu meinem Hausarzt gehen und sagen, hey, bitte, prüfen Sie den mal, also machen das ganz normale Hausärzte in Anführungszeichen? Was sie zumindest machen sollten, ist der hochsensible CAP-Wert, der zeigt uns immer, wie stark unser Entzündungsfeuer im Moment im Körper aktiv ist und anhand dieses CAP-Werts können wir auch immer die Wirkung der Hochdosis-Naturmedizin überprüfen, denn wenn sie greift, gehen die Entzündungswerte in der Regel auch runter und so könnte man diese Naturpräparate eben auch in Kapselform nehmen und wenn die Werte sehr hoch sind, dann empfiehlt sich natürlich auch Kurkuma, Resveratrol, gerade die beiden als Infusion auch zu nehmen. Und die zweite Frage, die jetzt so für mich aufgepoppt ist, die war jetzt bezüglich Vitamin D, also da gibt es ja Informationen, dass es wichtig ist, das mit Magnesium zu kombinieren und auch, das ist widersprüchlich für mich manchmal, K2. Was sagst du dazu? Also ich mache eigentlich die beste Erfahrung, dass Vitamin D, wenn es als Öl genommen wird, mit K2 gemischt, dass es auf jeden Fall sehr gut im System ankommt. Also Vitamin D, 3, K2 in Tropfenform mit 4000 Einheiten pro Tag, das sollte eigentlich heute jeder im Winter nehmen und jeder, der in irgendeiner Form krank ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Kombination mit Magnesium sinnvoll ist und den Prozess noch unterstützen kann. Das hört sich ziemlich schlüssig an, kann man machen, muss aber nicht sein, aber wenn jemand die 4000 Einheiten lange Zeit nimmt und der Wert geht einfach nicht hoch, dann würde ich es auch mit Magnesium kombinieren. Also 4000 Einheiten am Tag sind ausreichend? Ich meine ja, das sind bei den Tropfen, das sind meistens 500 ein Tropfen, das wären dann also 8 Tropfen. Wenn jetzt natürlich der Vitamin D spielt, man muss ihn natürlich immer messen, wir müssen ja nicht mehr ins Blaue reingehen, wie das früher war, wir können ihn heute messen und wenn der natürlich katastrophal niedrig ist, dann kommen wir natürlich schneller hoch, wenn wir jeden Tag 10.000 Einheiten nehmen. Das hält der Körper noch sehr gut aus, jeden Tag 10.000 Einheiten, ich glaube, das bringt den Spiegel pro Tag um eine Einheit hoch, wenn man 10.000 am Tag nimmt. Also wenn jetzt jemand nur einen Wert hat von 15, dann braucht er 15 Tage, 10.000 Einheiten am Tag, bis er ungefähr beim Spiegel von 30 ist. So kann man ganz grob rechnen. Also mindestens so lange dauert es, je nachdem wie es aufgenommen wird, kann auch sein, dass es doppelt so lange dauert, man darf nur nicht glauben, dass wenn man erkältet, dass man jetzt 10.000 oder 20.000 Einheiten nimmt, dass dann der Spiegel sofort hochspringt, der braucht eine Zeit, jeden Tag eben ein Stückchen mehr, wenn er eine hohe Menge täglich zugeführt bekommt. Und ich glaube, das Entscheidende, und das hast du ja auch gesagt, ist wirklich auf allen Ebenen Veränderungen herbeizuführen. Also zum einen, also sich gesund zu ernähren, zu bewegen, diese Entspannung zu finden, durch was auch immer, durch Meditation. Du hast ja auch die Mantra-Challenge genannt, das finde ich auch sehr schön, also über Gesang, da einfach aus diesen Stressgedanken letztendlich rauszukommen, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, also ich kann mich ja noch so gut ernähren und tolle Infusionen mir verabreichen, aber wenn ich die ganze Zeit hier oben in Gedanken bin, die mich wieder in diese Angst hineinführen und Stress und Überforderung, ich glaube, dann hat der Körper ein Problem, oder überhaupt diese, diese tollen Nahrungsmittel, die ich da vielleicht mir verabreiche, gut zu verarbeiten und aufzunehmen, oder wie siehst du das? Ja, also wir brauchen am Anfang natürlich ein Mindset, das ausgerichtet ist an Gesundheit. Das heißt, der Wille muss im System vorhanden sein, ja, ich will gesund werden und es braucht nicht nur die Vorstellung, sondern ein Vorfühlen. Wie würde sich Gesundheit wieder anfühlen? Kann ich mir das vorstellen, wieder frei und leicht, tatkräftig über eine grüne Wiese zu laufen? Kann ich es diesen Gedanken zu einem Gefühl werden lassen? Kann ich diesen Geschmack sozusagen auf der Zunge spüren, wie sich Gesundheit im besten aller Fälle wieder anfühlen würde? Und will ich wirklich die Entscheidung treffen, dass ich sage, ja, da will ich hin. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und von daher ist das so ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass die Entscheidung da ist und ich arbeite also nicht gegen Krebs, sondern ich arbeite für stabile Gesundheit. Das heißt, mein System ist ausgerichtet, nicht wovon ich weg will, sondern ist ausgerichtet auf das, wo ich hin will, was mir gut tut, was mein System, was es lebendig hat und begeistert. Und dann sind all diese Faktoren sehr hilfreich, so wie ich überhaupt der Auffassung bin und gerade mit meinem Freund Rüdiger Dahlke eine neue Medizin der Hoffnung ins Leben ruf oder dafür mich einsetze. Diese Medizin der Hoffnung, die ich da mal, wir hatten schon mal drüber gesprochen, definiert habe, beruht auf fünf, auf fünf großen Säulen. Das erste, die erste Säule ist die Heilung unserer Nahrung und Nahrungsaufnahmen. Nahrungsaufnahmen. Dazu gehört dann eben auch der Omega-3-Index, da drauf zu achten, das Vitamin drauf zu, Vitamin D drauf zu achten und so weiter. Das zweite ist die Heilung, unsere Stressregulation, was du gerade gesagt hast, also den Vagus zu stärken. Ich gebe wieder Erinnerung an die Vagus-Challenge. Den Vagus stärken durch Meditation, durch Stressregulationsübungen, Vagus-Flow-Übungen, all die Dinge, die uns helfen, wenn Stress schon da ist, ihn dann auch zu integrieren ins System, so dass wieder die Vagus-Bremse funktionierende System im Gleichgewicht gehalten. Das dritte ist die Heilung des Immunsystems, des überschießenden Immunsystems, wo wir also durch Sport, durch entsprechende Ernährung, durch Darmsanierung, durch Mikrobiomanalyse und feststellen, wie sieht es da in diesem Immunsystem, das ja zu 70 Prozent im Darm auch liegt, wie sieht es da aus und gelingt es mir hier ein Gleichgewicht herzustellen. Also Heilung der Nahrung, Heilung der Stressregulation, Heilung des Immunsystems, das dritte ist die Heilung der Selbstwahrnehmung und der Selbstidentität. Kann ich mich als göttliches Wesen fühlen und diese Fülle spüren, die mir das Leben tagtäglich schenkt oder kriege ich in meinem Mangelbewusstsein als Kümmerversion dessen, was aus mir hätte werden können durch den Tag und sehe alles aus einer sehr verdunkelten Sichtweise und hier kann man in der Psychosomatik, hier kann man mit vielen Gesprächen, hier kann man Stück für Stück, und das machst du ja auch besonders so wunderbar in deinen Kursen und in deinen Selbsthilfegruppen, wo ich also ja auch gerne meine Patienten immer wieder hinschicke, in diese Online-Selbsthilfegruppen, da arbeitest du ja in dieser wunderbaren Weise daran und deswegen bin ich auch so gerne immer bereit, dich hier mit diesen Interviews auch zu unterstützen. Also diese Heilung der Selbstwahrnehmung, der Selbstidentität ist der vierte, die vierte Säule und die fünfte Säule, die immer wieder unterschätzt wird, ist die Säule der sozialen Verbindung. Auch dafür ist deine Selbsthilfegruppe ja ein ganz wichtiges Tool. Die meisten Menschen scheitern in ihrem Leben daran, dass es ihnen nicht gelingt, befriedenliegende soziale Verbindungen aufzubauen und aufrechtzuhalten, denn sie geben ja Schutz und Sicherheit und das ist das, was unser Vagusner immer sucht, was unsere autonomes Nervensystem in jeder Sekunde sucht. Alles, was wir tun, ist reflexartig, durchscannt, dient es meinem Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Verbindung, sodass ich mich zurücklehnen kann und meinen Sympathikus, mein Stressnervensystem, maximal runterfangen kann. Da sind wir intuitiv permanent auf der Suche nach und deswegen ist diese fünfte Säule eben so super wichtig. Und an diesen fünf Säulen können wir arbeiten und wir hängen das ans Video hinten nochmal dran, eben diese fünf wichtigen Säulen, dass man sich das da nochmal angucken kann, als PDF zusammen mit dem Skript, auch welche Heilpflanzenrezeptoren jetzt sinnvoll wären, um Entzündungsfeuer bei Krebs zu löschen. Ich mache auf der einen Seite das Omega-3, dann die vielen Rezepturen, die wir haben, aus all den Heilpflanzen, die entzündungslöschend sind und dann natürlich auch das ein oder andere aus der chinesischen und tibetischen Medizin, was uns helfen kann, den Vargasmärm zu stärken. Und mit diesen Sachen wird das Ganze dann wirklich rund. Also was ich noch ganz entscheidend finde und das ist also Hauptfokus meiner persönlichen Arbeit, ist wirklich Mut zu machen und zu zeigen, dass Heilung bei Krebs möglich ist. Weil viele Menschen setzen das ja gleich mit einem Todesurteil und das stimmt einfach nicht. Es ist so tief in unserem Denken drin, auch kollektiv, was uns vermittelt wird über Hollywood-Filme oder die Medien, wo ja immer alle sterben im Kampf gegen Krebs und da einfach mehr und mehr das hier in die Welt zu bringen, zu zeigen, boah, das stimmt einfach nicht. Es gibt so viele Menschen, die gesund werden, vollkommen gesund. Und da interviewe ich immer auch Menschen und ich habe Heilungsgeschichten auf meinem YouTube-Kanal und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die jetzt in so einer Situation sind, sich wirklich informieren und zwar sich inspirieren lassen von Menschen, die gesund geworden sind. Das finde ich ganz wichtig und war für mich auf meinem eigenen Heilungsweg ganz entscheidend. Also zu sehen, oh, da gibt es Menschen, die sind gesund geworden, ja, und die haben ihre Ernährung umgestellt und die haben ihre Konflikte gelöst und die sind in ein neues Leben gegangen und sind vollkommen gesund, sodass sich nach und nach, das wäre für mich Bestandteil dieser Medizin, dieser neuen Zeit auch, dass sich das Denken in Bezug auf Krebs auch verändert. Und Lothar Hirneise, ich glaube, du kennst ihn auch, der hat mal so schön gesagt, er hat die Vision, dass Menschen eines Tages zum Arzt gehen und der Arzt sagt dann, ja, sie haben Krebs und ich würde dann da sitzen und sagen, ach, ich habe schon gedacht, es wäre was Schlimmes, ja, sodass sich dieses Denken vollkommen verändert über Bewusstwerdung, über Heilungsgeschichten und über so tolle Ärzte, also wie du eben einer bist, der einfach Menschen tatkräftig versorgt, zum einen mit ganz neuen Informationen, die ja jetzt auch so im Mainstream nicht so verfügbar sind und ja, du bietest ja unglaublich tolle, ja, Wohlfühlwochen kann ich es jetzt gar nicht nennen, also ich lerne ja immer wieder Menschen kennen, die bei dir waren, zwei Wochen dann, also die sich da mit Infusionen versorgen lassen, mit Gesprächen und so weiter und das ist einfach ganz toll, was du da in dieser Welt trägst. Dankeschön dafür, ja. Ja, also wir haben auch einen Intensiv-Workshop, Silent Inflammation, ich glaube, das wolltest du ja auch, hast du, glaube ich, auch den Link dafür, da können wir auch noch mal auf diesen zweieinhalb Stunden Workshop hinweisen, wo es darum geht, all das, was ich jetzt in dieser Kurzfassung gesagt habe, nochmal intensiv, wird es dann nochmal in zweieinhalb Stunden intensiv durchgegangen und das kann ich sehr empfehlen, natürlich auch diese Vargus-Challenge da einfach mal reinzugucken, da gibt es einen kostenlosen Trailer zu, das finde ich auch ganz spannend, das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Voll. Von Herzen Dankeschön, lieber Ingo. Ingo. .